Manche Leute sagen, ich kriege meinen Bass einfach nicht gemischt. Im Auto klingt der immer anders, als wenn ich den im Studio abhöre. Was ist das Problem? Präsentiert von Storia Mastering und Noiseworks. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier in deinem Recording-Blog Adventskalender. Und heute haben wir eine Spezialausgabe, denn ich spreche nicht nur zu dir, sondern auch zu einem Freund des Recording-Blog. Herzlich willkommen, Markus Bertram von MB Akustik. Hi, hallo, herzlich willkommen. Für alle, die Markus nicht kennen, Markus baut Studios. Das heißt, er ist jemand, der auf jeden Fall dafür sorgt, dass die Studioakustik perfekt ist, damit man bestens abhören kann. Markus, wo jettest du in der Welt rum, wenn du unterwegs bist? Ja, überall, wo man mich hinlässt. Also perfekt erstmal, Perfektion ist immer ein Ziel. 100 Prozent schaffen wir nie, aber wenn wir so bei 99 sind, dann sind wir natürlich auch sehr glücklich. Also, ja, wir machen viel in Deutschland natürlich, aber wir machen auch im Ausland Projekte. Also, ja, wir haben jetzt so ein Referenzprojekt in Dubai gemacht. Wir haben in Madrid mal ein ganz tolles, großes Studio gebaut. Ja, an vielen tollen Plätzen. Aber natürlich, klar, als deutsche Firma ist natürlich der deutsche, Schweizer und der österreichische Markt. Das ist schon da der Bereich, wo wir am meisten machen, klar. Ja, und für alle, die jetzt denken, oh, das ist viel zu weit weg, das kann ich mir eh nicht leisten, habt ihr auch einen Spezialservice an Bord. Denn ihr kümmert euch nicht nur um große Studio-Projekte, sondern ihr kümmert euch auch um Home-Studios in dem Fall, ne? Genau, genau. Also, wir sind, das, was wir tun, ist eben, dass wir nicht so sehr vom Produkt ausdenken, sondern vom Projekt, dass wir immer versuchen herauszufinden, was ist für diesen einen Kunden, für diesen Einsatzzweck, für diesen Raum genau das, was man braucht. Und versuchen, uns wirklich sehr intensiv damit auseinanderzusetzen. Das ist natürlich für ein großes Studio einfach. Die können dann da drei Planungswochen bezahlen. Aber wir haben für Home-Recorder einen Planungsservice, der ganz niederspellig bei einer Stunde anfängt, die man online buchen kann. Und um halt eben da die Möglichkeit zu geben, dass man sehr speziell schon reinschauen kann, ohne jetzt Riesenbudgets dafür locker machen zu müssen. Ja, und einen ersten Schritt wollen wir heute mal zusammen machen, denn es gibt eine kostenlose Software, mit der man seinen eigenen Raum auch schon ausmessen kann. Ich habe schon mal einen Test zu einem Messmikrofon gemacht. Das Video blende ich dir am Schluss mal ein. Aber du kannst mit der kostenlosen Software RoomEQ Wizard oder REW, die man sich kostenlos runterladen kann, kann man seinen eigenen Raum ausmessen. Vielleicht nicht unbedingt, um sofort die Perfektion anzustreben, aber um einfach mal zu wissen, wo man steht. Weil manche Leute sagen, ich kriege meinen Bass einfach nicht gemischt. Im Auto klingt der immer anders, als wenn ich den im Studio abhöre. Was ist das Problem? Und vielleicht hilft es, nein, nicht vielleicht, auf jeden Fall, hilft es einfach mal, eine Messung im eigenen Raum zu machen, um zumindest die eigenen Defizite mal zu kennen. Und wir haben mal zwei Messungen vorbereitet, oder drei, glaube ich, die du mal präsentieren kannst. Du teile mal deinen Bildschirm bitte, dann können wir nämlich mal draufschauen. Denn es gibt zumindest zwei Ansichten, die dir aus meiner Sicht heraus helfen. Aber Markus wird bestimmt noch ein bisschen mehr dazu erzählen können, was tatsächlich relevant ist. Oha, eins, zwei, drei Messungen, okay, alles klar. Die könnten unterschiedlich ja nicht sein. Dann schauen wir doch mal direkt drauf. Fang mal mit deinem Liebling an, bitte. Der Liebling ist natürlich der hier. Also das ist natürlich mein Liebling. Das ist übrigens mein Studio 2021, auch schon zwei Jahre her. Genau, genau. Ja, das, was wir hier sehen, ist der Frequenzgang. Also unten von links nach rechts die Frequenz, von unten nach oben dann der Pegel. Und vereinfacht gesagt können wir hier halt sehen, welche Teile, welche Töne, welche Tonhöhen, welche Frequenzanteile eher überrepräsentiert sind und welche eher unterrepräsentiert sind. Ja, wir sind auf dem Reiter SPL und Phase, glaube ich, drauf, oder sind wir auf dem Reiter All SPL? Ich bin jetzt auf SPL und Phase, damit wir uns nur dieses Bild hier anschauen. Wenn ich auf All SPL gehe, dann sehen wir alle gleich. Und dann gucken wir erstmal so ein bisschen zurück. Deswegen gucken wir uns erstmal nur diese eine Messung an. Wir können ja so tun, als wenn wir die jetzt gerade gemacht hätten. Genau, SPL steht für Sound Pressure Level, also für den Schalldruck, der gemessen wurde, auf den verschiedenen Frequenzen, ne? Genau, das ist das, was an deinem Mikrofon angekommen ist. Und das entspricht auch sehr dem, was die Software tatsächlich ja macht. Den sendet ihr uns wegen und misst bei jeder dieser Frequenzen, gleitend sozusagen den Pegel, den Sound Pressure Level, richten wir auf. Ob dann das hier wirklich 85 dB waren oder 87 oder 83, das ist ein bisschen akademisch. Und das liegt auch daran, ob man das kalibriert hat und so. Ist aber für uns gar nicht so wichtig. Wir wollen ja nicht über die Lautstärke reden, sondern über Klang. Und da ist sozusagen die Verschiebung der Kurve nach oben gar nicht so wichtig. Ja, so jetzt haben wir ja eine relativ ausgeglichene Kurve hier. Könntest du auch mal ein Negativbeispiel zeigen? Also etwas, wo es ein bisschen ausgefranster aussieht? Ich hätte da was, ja. In der Tat, das ist eine Messung, die heißt Ohne alles. Ich habe eben, das habe ich glaube ich nicht gesagt, ich habe hier mal eben mit der Maus mal so ein, das kann man ganz schön machen im Room Cure Wizard, einfach mal so einen Mittelwert hier angegeben. Also das suche ich mir mal aus. Ich kann hier auch einen Frequenzbereich machen. Also ich suche mir jetzt mal gleich hier so diesen Problembereich aus. Bei 75 Hertz hast du ein bisschen wenig. So, da lege ich mal das Fadenkreuz und dann wechsle ich zur anderen Messung und stelle fest, okay, da ist natürlich sehr viel mehr Schwung in der Bude. Also, ja. Weißt du, was das für ein Raum ist? Derselbe. Es ist im Takt derselbe Raum. Das kann man auch ablesen, weil es ist dieselbe Raum-Mode. Ja, genau, da, das gleiche Loch. So, nur jetzt ein bisschen, also wenn man das mal vergleicht, hat sich ein bisschen verschoben. Ja. Aber, ja, oder auch hier der erste. Ja, es ist schon. Also man sieht auf jeden Fall, ich habe hier einiges an Absorbern reingestellt, an Bassabsorbern in den Ecken und so weiter. Also ich habe den Raum seitdem einiges bearbeitet und man kann hier schon sehen, dass man zwar die Maximalausschläge kompensieren kann, aber die Raum-Mode kann man eben nicht komplett wegdiskutieren. Magst du mal kurz erklären, was die Raum-Mode ist? Gerne. Eine Raum-Mode ist eine Resonanz des Raumes selbst, also der Luft im Raum, ähnlich wie in einem Instrument, einer Oboe oder so, die die Luftsäule im Resonanzraum des Instrumentes schwingt, wird bei sehr tiefen Frequenzen der ganze Raum zum Instrument. Und je nachdem, wie groß der Raum ist, also zum Beispiel Abstand, Frontwand, Rückwand, linke Wand, rechte Wand, Fußboden, Decke, gibt es unterschiedliche Frequenzen, die halt eben resonanzfähig sind, die genau die halbe Wellenlänge oder ein Vielfaches davon reinpasst. Mehr Physik brauchen wir nicht. Und diese Frequenzen sind besonders ausbreitungsfähig. Und das Gemeine ist, wenn ich mich in der Nähe eines sogenannten Wellenknotens befinde, das wäre zum Beispiel hier unten der Fall, da, dann habe ich eine Auslöschung. Also dann habe ich eine Resonanz und diese Resonanz sorgt dafür, dass mein Schalldruckpegel total klein wird. Wenn ich mich an eine andere Stelle im gleichen Raum, bei gleichen Lautsprechern, gleich im Signal bewege, dann bin ich im Bereich eines Wellenbauches und dann habe ich bei der gleichen Frequenz, bei einem anderen ist es identisch, im gleichen Raum nur an einem anderen Ort im Raum, habe ich eine starke Überhöhung. Das ist zum Beispiel hier bei der Grundmode da der Fall, bei deinem 40 Hertz. Das heißt, mein Schallfeld wird durch diese Eigenmoden nicht nur stark nicht linear, wie wir hier sehen, sondern es wird auch ortsabhängig. Und das ist natürlich im Todstudium ein bisschen blöd. Der Klassiker ist, der Bassist steht hinter dem Ingenieur und steht vielleicht und es gibt eine Vertikalmode und der hat überhaupt keinen Bass, da wo er steht und will immer, mach mal lauter, mach mal, das sagt ein Bass vielleicht sowieso, aber möchte immer mehr hören und will immer mehr aufdrehen und der Ingenieur, der da unten sitzt, wo richtig Bass ist, der denkt, ist der taub oder warum merkt ihr das nicht? Also das kam durchaus auch mit solchen traumakustischen Phänomenen zusammen. Das macht aber auch auf jeden Fall klar, dass das nur an dem Punkt, wo das Mikrofon gewesen ist, die Messung ist genau an dem Punkt gewesen, wo das Mikrofon gestanden hat. Das heißt, im Idealfall hat man natürlich die Messung da auch gemacht, wo die eigenen Löffel sind. Das heißt, das Mikro so aufstellen, dass jetzt da, wo ich zum Beispiel sitze, dass das dann eben auch hier steht, wo ich normalerweise bin, weil es könnte sein, dass einen halben Meter hinter mir, dass ich dann schon quasi ein komplett anderes Frequenzbild habe. Und da ich ja da einmessen muss, wo ich sitze, wo ich dann mische, macht es natürlich Sinn, dann da auch diesen Punkt zu bearbeiten. Ja, erstmal ist es wichtig, dass man sich der Tatsache bewusst ist, dass das ortsabhängig ist. Und es ist natürlich nicht so geil, wenn du dich zehn Zentimeter bewegst und es völlig anders klingt, weil wir sind ja Menschen und wir beugen uns nach vorne, um einen Kompressor einzustellen, lehnen uns zurück, um die Früchte unserer Arbeit anzuhören und bewegen uns nach links und rechts. Und wenn sich das Soundfeld, das Schallfeld sehr stark ändert, ist das nicht gerade ein Qualitätszeichen für eine gute Akustik. Ja, aber wenn das nicht jeder kompensieren kann, aber man das zum Beispiel weiß, dass hier da, wo ich sitze, 75 jetzt weg sind und wenn ich weiß, ich beuge mich nach vorne und da sind 75 jetzt da, dann kann ich zumindest, um diesen Bereich zu beurteilen, mich einfach vorbeugen und dann wieder zurück und weiß, okay, alles klar, ist alles safe. Genau, deswegen wäre auch, wenn man jetzt sich mit eigenen Messungen dem eigenen Raum erstmal nähern möchte, wäre auf jeden Fall auch mein Tipp, mehrere Positionen auszuprobieren und genau das auch zu kontrollieren. Wie ist das, wenn ich mich nach vorne und hinten bewege und dann auch vielleicht, das finde ich auch immer ganz wichtig, die Ohren mit zu bemühen und sich zu überlegen, okay, das, was ich hier, diese Auslöschung, die ich jetzt zum Beispiel bei 72 Hertz oder 75 Hertz höhere, Messe, Entschuldigung, kann ich die eigentlich auch hören und da hat Roomicure Wizard ein sehr cooles Tool, diesen Generator, da kann ich also gleich Töne erzeugen und da kann ich auch, könnte ich jetzt hier 75 Hertz eingeben und dann kann ich mir 75 Hertz anhören und ich kann das auch so machen, dass ich einfach mal ein schmalbandiges Rauschen mit einer Mittenfrequenz von 75 Hertz mir anhöre. Das geht auch. Das finde ich immer schön, damit man so ein Gefühl dafür bekommt und jeder kann ja Tonhöhe und Frequenz direkt ineinander übersetzen. Du hast bestimmt ein gutes Gefühl dafür, wie hoch oder wie sich 75 Hertz anhört, aber es ist schon cool, wenn man sich das dann auch mal vorher referenziert und guckt, kann ich das eigentlich mit meinen Ohren auch nachvollziehen, was ich auf der Messung da habe. Ja, und spannend ist dann, wenn du nicht die Zeit oder die Gelegenheit haben solltest, so viele Messungen zu machen da draußen, dann stell einfach mit dem Tongenerator mal diese, was weiß ich, die gemessenen 75 Hertz bei dieser Messung jetzt zum Beispiel ein und dann steh mal auf und geh mal durch den Raum und guck mal, wie diese 75 Hertz sich verhalten im Raum. Denn an einigen Stellen wird es tatsächlich weg sein, an anderen da, an anderen richtig laut und so weiter und dazwischen, man kann einfach mal ein Gefühl dafür kriegen, dass es eben nicht, dass der Sound überall im Raum anders ist. An der Wand deutlich basslastiger, als wenn du mitten im Raum stehst oder auf einem Drittel oder sonst was irgendwie. Für ein Gefühl ist es auf jeden Fall wichtig und es ist halt wichtig, dass du weißt irgendwie, welche Defizite dein Raum zumindest an der Abhörposition mal hat. Jetzt haben wir hier den Schalldruckpegel gemessen. Wie groß ist der Aufwand, um eine Überhöhung wegzukriegen und gibt es überhaupt eine Möglichkeit, eine Absenkung wie diese jetzt hier wegzukriegen? Ja, das liegt ein bisschen daran, wie diese Absenkung zustande kommt. Wir hatten eben das Thema Eigenmode, also Raumresonanz selber. Wenn ich vermeiden möchte, dass im Knotenpunkt einer Eigenmode eine Absenkung stattfindet, dann muss ich versuchen, die Mode selber zu bedämpfen. Und dafür muss ich dafür sorgen, dass die beiden, im Idealfall beide oder mindestens eine der beteiligten Flächen, nicht mehr schallhart sind. Also, sagen wir mal, wenn ich eine Längsmode habe, dann muss ich an der Frontwand oder Rückwand einen Absorber aufbringen, der bei dieser Frequenz tatsächlich noch absorbiert. Und das ist natürlich beide. Also das ist dann baulich sehr hoher Aufwand, aber man könnte das auf diese Frequenz genau ausrichten, wenn man das wollte. Man könnte das auf die Frequenz genau ausrichten, solange es aber nicht so ultratiefe Frequenzen sind, würde man es lieber Breitband nicht machen, weil man dann das Volumen, den Platz, den man dafür reserviert, für alle anderen Frequenzen oberhalb der unteren Grenzfrequenz der Bassfalle auch nutzt. Also wenn ich für 72 Hertz, in dem Beispiel, würde ich jetzt keinen Helmholtz-Resonator bemühen. Erstmal, wenn ich den selber baue, geht das mit ziemlicher Sicherheit schief. Es ist selten, dass man dann wirklich auch die 72 Hertz trifft. Geht auch ins Geld. Und wenn man das oft genug probiert, geht es vielleicht ins Geld, aber es wird ja auch sehr frustriert. Man liest häufig im Netz, Helmholtz-Resonatoren würden nicht funktionieren. Das ist nicht ganz richtig. Die funktionieren halt nicht, wenn man, also das ist halt kein Anfängerding. Das muss man einfach sagen. Aber man kann bei 72 Hertz locker noch eine breitbandige Bassfalle bauen, die bei der Frequenz eben den auftreffenden Schall absorbiert. Und dann bekomme ich auch durch das Einbringen einer Bassfalle einen höheren Pegel in der Nähe des Knotens. Also ich kann durch das Einbauen mit einer Bassfalle meinen Pegel anheben. Ja. Und bei der Überhöhung würde ich das einfach mit einem Equalizer, also mit einer Raumkorrektur zum Beispiel Sonarworks einfach absenken oder hilft es da auch eine Bassfalle aufzustellen? Grundsätzlich ist es immer cool, wenn ich das, was ich in den Raum, was ich direkt an der Ursache ändern kann, wenn ich das auch direkt im Raum ändere. Also raumakustische Maßnahmen sind immer, die ist immer die erste Wahl. Ja. Aber natürlich leben wir nicht in einer idealen Welt und nicht jeder hat das Platz, das Budget und den Platz. Nicht jeder hat auch vielleicht so ein langes Mietverhältnis oder nicht bei jedem ist es Eigentum. Wenn ich jetzt weiß, in zwei Jahren ist mein Studium zu Ende und dann wohne ich woanders, da will ich jetzt nicht noch so viel Geld und Energie investieren in mein Studio, in meinem Studentenwohnheim. Das ist ja auch... Das sind bewegliche Güter, ne? Also Bassfalle, wo man dann auch wieder mitnehmen kann. Genau, Dinge, die ich mitnehmen kann, ganz genau. Und wenn man dann mit der Raumakustik am Ende ist, also das investiert hat in Geld und Zeit und Platz, was man investieren möchte und kann, dann kann man auch über einen Filter nachdenken. Aber ein Filter ist immer nur die zweitbeste Lösung. Zum Filter gehört jetzt genauso ein Trinoff-System für, weiß ich nicht, 15.000 Euro wie auch ein selbst einmessendes Lautsprechersystem wie Genelec oder Neumann oder halt auch ein anderes kleines Tool. Also das ist egal. Das sind alles, all diese Lösungen sind toll, wenn man mit dem Thema Raumakustik abgeschlossen hat. Ich weiß, das ist nicht sexy, Markus, aber wie würdest du das Verhältnis zwischen Aufwand für die Boxen, also wie viel gebe ich für die Boxen aus zu Verhältnis, wie viel gebe ich für die Raumakustik aus? Also wie würdest du das Verhältnis setzen? Du meinst in Geld? Ja, in Geld. Geld. Ich würde sagen 1 zu 1 finde ich sinnvoll. Also es macht keinen Sinn, sich über Raumakustik Gedanken zu machen und da mehr zu investieren, wenn man jetzt 200 Euro Lautsprecher hat. Aber wenn ich 1.000 Euro ausgebe für Lautsprecher, dann sollte ich mir auch überlegen, 1.000 Euro auszugeben für die Akustik. Das ist natürlich in einem guten Raum komme ich auch, komme ich mit den 1.000 Euro dann weiter oder wäre ich mit 500 Euro auch so weit gekommen, wie ich in einem schlechten Raum mit 1.500 vielleicht nicht komme. Deswegen ist das eine sehr grobe Regel, aber von der Größen her finde ich das richtig. Okay, das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Also 1 zu 1 ist das schon mal eine Regel, an der man sich orientieren kann. Bevor man also darüber nachdenkt, sich die nächstgrößere sexy Box zu kaufen, sollte man erstmal gucken, ob man raumakustisch das in seinen Raum reingesteckt hat, was man für die ursprünglichen Boxen ausgegeben hat, weil dadurch hört man besser, die eigenen Boxen klingen besser und man hat eigentlich das Setup nicht geändert, aber doch. Ja, aber doch, genau, aber es ist dann doch geiler. Ja, genau. Wenn wir jetzt mal von dieser SPL-Messung weggehen würden, weil es gibt ja nicht nur, welche Frequenzen kommen hier an, wo ich sitze, sondern der Raum selbst wird ja auch angeregt, hast du gerade schon gesagt, das heißt, der schwingt selber nach, das heißt, die Frequenz im Raum verhält sich ja über die Zeit auch anders. Das heißt, wenn ich hier eine Bassdrum reingeben würde in diesem Raum, wir gucken jetzt mal hier, wenn ich jetzt hier bei dieser Überhöhung, die wir ja jetzt gerade haben, bei 40 Hertz gebe ich jetzt mal eine Bassdrum rein und ich würde die vom Grundsound auf dem Kopfhörer würde die Bub machen. Was würde die im Raum machen? Die würde ja nicht Bub klingen, wahrscheinlich klingt die dann eher Bumm, so, ne? Genau, genau, also genau, wenn es sich um eine Eigenmode handelt, die schwingfähig ist im Raum, dann braucht die ein bisschen Zeit, bis sich diese Schwingung aufbaut, also sowas wie ein Anblasen eines Holzblasinstrumentes, das ist sofort da und wenn ich dann aber meine Schallquelle abschalte, dann schwingt die halt auch noch nach und dann passiert genau das, was du eben so schön lautmalerisch gemacht hast, aus der Buch wird ein Das heißt, ich könnte den knurrigsten, kurzen Bass reingeben in meinen Mix, aber der Raum könnte daraus bumm, 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 das heißt, ich könnte gar nicht präzise mischen. Genau, und höchstwahrscheinlich würde er das nicht bei allen Tönen gleich machen, weil Bass ist ein schönes Beispiel, ich mache irgendwie einen Lauf und dann erwische ich eine modale Resonanz des Raumes und meine Gesangsfähigkeiten sind sehr beschränkt, aber ich versuche es, also ich würde dann sowas wie bekommen. Also bei einigen Frequenzen fängt es an zu drömen und wird verwaschen. Dann fange ich an, an meinem Instrument rumzuschrauben. Bin unzufrieden mit meinem Instrument und fange, weiß ich nicht, an mit einem Kompressor. Das heißt an meinen Mixfähigkeiten tatsächlich, ne? Natürlich, natürlich. Oder vielleicht muss ich dann doch noch, kann ich nicht direkt ins Pult mit dem Bass, sondern muss noch ein Mikrofon vor mein Bassend stellen oder wie auch immer. Aber es nützt mir alles nichts, weil auf der DAW, auf der Festplatte ist es richtig, es ist cool, es ist so wie es soll. Ich kann es mir nur nicht richtig anhören im Beispiel. Das passiert jetzt Regie-Lautsprecher und Ohr. Dieses Verhalten vom Raum kann ich im Room EQ Wizard auch ablesen, oder? Ja, das kann ich auch ablesen. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Die beliebteste ist wahrscheinlich dieses Wasserfall-Diagramm. Ich kann das mal einschalten. So, da bekomme ich, ich gehe mal wieder vorher zu deinem eingemessenen, weil da wird nicht so ein bisschen, ich sage mal, in dem Bereich, das ist relativ ideal. Ich habe halt bei einem Wasserfall-Diagramm, wie beim Frequenzgang auch, unten die Frequenz, von links nach rechts, von unten nach oben den Pegel und zusätzlich in so einer Pseudo-3D-Darstellung von hinten nach vorne die Zeit. Ich habe das jetzt mal so eingestellt, dass... Die Zeit der jeweiligen Frequenz. Hier kann ich daraus ablesen, genau. Und ich sehe hier schon, in deinem eingemessenen Raum ist das ziemlich gut. Also ich sehe hier, ich kann mir das wie so ein Berghang vorstellen. Und wenn der ganze Berghang ebenmäßig ist und ich kann da wunderbar Skilaufen, es ist schön steil, weil ich auf wilde Abfahrten stehe, aber ich kann im Grunde überall auf der ganzen Bergflanke meinen Abfahrtslauf machen, dann ist das ein Wasserfall-Diagramm, was im Studio gut funktioniert. Okay, dann gucken wir uns mal auf die schwarze Piste. Jetzt gucken wir uns mal auf die schwarze. Das ist noch nicht die rote Piste. Das ist also dein Raum vor der Optimierung. Und da sehe ich halt auch hier, da kann ich auch so schön raufgehen, sehe ich halt hier auch genau das, was wir im Frequenzgang sehen, diese 40 Hertz. Da ist also hier noch so ein Pegelanstieg und da schwingt der Raum auch länger nach. Da unten kann ich das so ein bisschen sehen. Das ist aber schon ein Beispiel, was nicht so wahnsinnig drastisch ist. Deswegen habe ich mir erlaubt, noch ein weiteres Beispiel mitzubringen. Halte ich fest, dass... Ich sitze. Das ist ein Wasserfall-Diagramm. Ich habe das anonymisiert. Also es ist auch egal, welcher Raum es ist, aber das ist auch ein unbehandelter Raum. Und da sehe ich halt hier, wenn ich raufgehe, da sehe ich richtige Berghänge. Also richtige, richtige... Wie nennt man das den Berg? Naja, so Flanken. Die Flank ist eigentlich Flank. Aber so ein Gipfel. Und da sehe ich halt, dass die nicht nur im Frequenzgang, kann ich mir ja hier auch mal angucken, also das ist der zugehörige Frequenzgang. Der ist nicht schlecht, aber der ist auch nicht gut. Aber wenn ich ihn vergleiche mit... Ich mache mal alle an. Wenn ich ihn vergleiche mit mit deinem Frequenzgang, jetzt sind wir also alle übereinander, wenn ich ihn mal vergleiche mit deinem Frequenzgang vor der Optimierung, ist der sogar besser. Also das ist, wenn ich nur den Frequenzgang vergleiche, eigentlich der bessere Raum. Weil die Abweichungen sind nicht so groß. Und wenn ich mir dann aber das Wasserfall-Diagramm anschaue, dann sehe ich halt, dass ich hier im zeitlichen Bereich Probleme habe, die ich auch in deinem Raum, Wasserfall-Diagramm von deinem leeren Raum, gar nicht gehabt habe. Also das Eigenmodusverhalten ist definitiv problematischer in diesem Raum. Ja, Wahnsinn. Und das ist eben genau der Raum, da kann ich genau sehen, dass hier das passiert, was du gerade vorgesungen hast. Und dann ist ein Ton weg. Das ist dann, wo die Leute sagen, ich kriege meinen Bass nicht stabil gemischt, wie viel Kompressor muss ich denn da drauf geben? Und man kann eigentlich nur sagen, also entweder machst du irgendwas an deinem Raum oder du setzt dir besser einen Kopfhörer auf, weil das ist dann wahrscheinlich plausibler. Genau. Und das ist auch völlig in Ordnung. Man muss sich ja immer überlegen, wenn wir über Messungen sprechen, warum messe ich? Ich messe natürlich im ersten Schritt, um sowas wie Erkenntnis zu erlangen. Was ist eigentlich los in meinem Raum? Und habe ich vielleicht so etwas, dass ich im Bassbereich immer unsicher bin? Und warum gehe ich eigentlich immer ins Auto? Und warum klingt das bei meinem Kumpel immer anders? Und warum kriege ich auch so viel Feedback von den Projekten, die ich betreue, wo dann die Leute sagen, ja, aber kannst du noch mal im Bassbereich ein bisschen nachlegen? Ist es zu dünn oder zu dick oder wie auch immer? Kann ich das in der Messung sehen? Und wenn ich mir so eine Frage stelle, dann würde ich sicherlich immer mit dem Frequenzgang anfangen, würde mal gucken, kann ich da was nachsehen? Und dann würde ich mir aber ganz schnell auch das Wasserfalldiagramm angucken, würde mir die Töne, die ich da, die auffallen, also die Frequenzen, die auffallen, so wie das hier, das würde ich mir dann mal als Ton anspielen und würde sagen, okay, passt das eigentlich zu dem, was ich auch höre? Ist das der Ton, der mich auch immer nervt? Denn ich bei jeder Produktion im Bassbereich versuche ich diese 72 Hertz loszuwerden. Die nerven mich immer. Ich mag keine 72 Hertz und stelle dann vielleicht fest, es liegt an meinem Raum, okay. Und das ist ja schon mal ein Riesenschritt, wenn ich das weiß, dann bin ich das nächste Mal bei der nächsten Produktion, wenn ich mein EQ anfasse und 72 Hertz rausdrehen will, mal ein bisschen vorsichtiger und setze dann vielleicht ein Kopfhörer auf und habe noch nichts verbessert an meinem Raum. Ich kenne meinen Raum einfach besser. Ich habe ihn besser kennengelernt. Das finde ich schon total wichtig. Finde ich auch wichtig. Falls bei euch nach einer Messung dieses Wasserfalldiagramm nicht angezeigt wird, unten links in der Ecke findet ihr den Knopf Generate und mit dem kann man das generieren. Das heißt, der misst erstmal, zeigt die Frequenzkurve an, diese Seite könnte leer sein. Dann müsst ihr auf Generate klicken. Das ist auf verschiedenen anderen Seiten ja auch und dann wird quasi dieses Wasserfalldiagramm generiert. Es gibt noch eine weitere Anzeige dafür, wo man das quasi nicht von vorne sieht, sondern von oben. Das gibt es auch. Genau. Das ist das Problem. Genau. Das ist vielleicht manchmal für die Ausklingzeit noch ein bisschen plausibler, finde ich, weil da je länger der Ausklang einer Frequenz ist, umso länger ist auch der Spike quasi, der nach oben weggeht. Genau. Das können wir auch mal machen. Das ist hier das relativ drastische Beispiel. Das ist dein Raum vor der Optimierung und das ist dein Raum nach der Optimierung. Und da sehe ich auch schon sehr deutliche Unterschiede. Also das wäre im Idealfall auch von links nach rechts durchgehend ein roter Höhenzug und danach so ein grüner Abfall. Ich habe jetzt hier aber Achtung, den gesamten Frequenzbereich bis 20 Hertz wird angestellt. Das würde ich nochmal eben ändern und würde sagen, wir gehen einfach mal nur bis 200 Hertz. Ja. Und dann haben wir vielleicht auch nicht 500 Millisekunden, sondern ein bisschen mehr. Dann können wir das 1500 Millisekunden, so. Und dann können wir das ganz gut vergleichen. Dann ist das die anonyme Messung. Ja. Das ist ein ziemlich chaotischer Raum, wo ich richtig, ja, der ist auch komplett unbehandelt, muss man fairer wahrnehmen. Der ist keine, da ist nichts drin. Das ist Bestandsaufnahme, um herauszufinden, wie müssen wir denn arbeiten in dem Raum. Das ist dann dein leerer Raum, der, wie gesagt, schon sehr viel besser ist. Und das ist dann ein eingemessener Raum, wo ich also sehe, dass ich hier auch tatsächlich in dem Bereich 72 Hertz, das hatten wir vorher auch schon, so, da sehe ich noch so ein bisschen so ein Loch. Das habe ich hier auch. Aber ansonsten ist das die Dünne von Pilar, würde ich mal sagen. Ich finde diese beiden Ansichten sehr aussagekräftig. Und ich finde, dass man da auf einen Blick, ohne dass man Physik studiert haben muss, sofort sehen kann tatsächlich, ob es wirklich größere Problemquellen im Raum gibt oder eben nicht. Gibt es noch eine weitere Ansicht, wo du sagst, die muss man auf jeden Fall mal gesehen und mal erklärt bekommen haben? Gibt ein paar natürlich noch. Aber was ich gerne noch mal eben betonen möchte, wäre im Bereich der Schalldruckpegel oder des Frequenzgangs das Filtern. Ich mache mal hier dieses Overlay-Fenster auf. Das gibt es nämlich auch bei Roomicube Wizard. Da sehe ich also alle meine Darstellungen in einem Diagramm. Das ist ganz praktisch, wenn ich was vergleichen möchte. Genau, die kann ich dann unten auch nochmal ein- und ausschalten, wenn ich da Dinge habe, die nicht so relevant sind. Und hier oben gibt es so ein Smoothing, also so ein Glättungsbereich. Und da kann ich jetzt mal auf die Standardglättung gehen. Das ist also Terz-Glättung. Und wenn ich mir das anschaue, dann kann ich hier vielleicht nochmal ein bisschen größer werden. Genau, dann wäre das eigentlich so das, was ich mir typischerweise anschaue, wenn ich mir Frequenzgänge angucke. Einen Terz-geglätteten Frequenzgang, der also natürlich, man kann sagen, ein bisschen beschönigend ist. Das ist er auch. Aber der hat im hochfrequenten Bereich sehr viel damit zu tun, was wir tatsächlich hören. Wenn ich das nämlich mal ausschalte, diese Glättung, und sozusagen mir die puren Messdaten angucke, die nicht geglättet sind, ganz unten, dann sieht es so aus. Und dann merkt man einmal, oh Gott, ich habe hier bei, weiß ich nicht, 700 Hertz, habe ich einen Abfall von 30 dB und da muss ich unbedingt was dagegen tun und welche Akustikmaßnahmen kann ich treffen, damit ich das nicht mehr habe. Das höre ich gar nicht. Ja, das versendet sich quasi. Das versendet sich, genau. Unser Ohr, unser Ohr mittelt, also das ist wirklich so, unser Ohr glättet und unsere Ohren glätten. Also dadurch, dass ich ein rechtes und ein linkes habe und das Gehirn so eine Mittelwertbildung natürlich macht oder sagen wir mal allgemeine Informationen von beiden Ohren auswertet, ist das total irrelevant, wenn ich so schmalbandige Einbrüche habe. Aber da bin ich jetzt total froh, dass ich nicht höre wie ein Messmikrofon, weil da würde ich ja wahnsinnig werden wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Es gibt ja auch Menschen mit besonderen Fähigkeiten. Ob es Leute gibt mit so einer Frequenzauflösung, keine Ahnung, aber die hätten sicher nicht viel Spaß beim Hören von Musik auf ihren... Wahrscheinlich eher in Singen dann. Ja, genau. Wenn ich mir aber den Bassbereich angucken möchte, also wenn ich mal hier, weiß ich nicht, im Bereich bis 200 Hertz gehe und dann vielleicht auch noch mal ein bisschen reinzoome, dann kann das durchaus sinnvoll sein, die Glättung mal klein zu machen. Also auch vielleicht mal ein 24. oder so. Dann sehe ich schon die Feinstruktur ein bisschen und da bin ich auch ein bisschen empfindlicher. Da macht das schon Sinn und hat auch ein bisschen mehr mit dem zu tun, was ich tatsächlich höre. Also wenn ich so ein Walking Bass habe, so eine Basslinie, die wirklich dann so eine Pentatonik durchläuft oder so, dann würde ich natürlich solche Töne hier auch hören. Und dann macht auch eine Betrachtung des Frequenzgangs bei höheren Auflösungen tatsächlich mal Sinn. Das war mir noch. Wüsste ich auf jeden Fall, wann dann tatsächlich dieser eine Ton oder warum dieser eine Ton dann nicht zu hören ist. Der ist eben nicht leiser gespielt, sondern der ist einfach nur leiser zu hören wegen einer Raumresonanz. Aber das bringt es schon mal schön zusammen, denn am Ende des Tages ist es so, dass wir auf der einen Seite die Verteilung der Frequenzen im Schalldruck und auf der anderen Seite das Ausklingverhalten der Raumresonanzen, dass wir beides kennen sollten. Einmal den Wasserfall, einmal hier die SPL-Ansicht, um einfach unseren Raum zu verstehen, um vielleicht auch dann die nächsten Raumakustischen Maßnahmen vielleicht anzusteuern, sich vielleicht mit dir auch zu unterhalten über den Home-Recording-Service, tatsächlich mal eine Stunde zu quatschen, eine Messung machen und zu sagen, okay, hey Markus, das ist mein Raum, gibt es spontan was, was dir einfällt, was ich machen könnte oder im Zweifel einfach nur zu wissen, okay, das sind die Defizite in meinem Raum, an der und der Stelle im Mix sollte ich dann einfach mal meinen Kopfhörer aufziehen, damit ich da auch wirklich verlässlich was sagen kann. Genau und das ist auch etwas, was wir in diesen Home-Recording-Beratungen dass wir erstmal sortieren, was ist eigentlich wirklich sinnvoll in dem Raum, was passt zum Budget, zur Lebenssituation und welches Problem ist auch tatsächlich mit einfachen Maßnahmen adressierbar und welches auch nicht und das ist dann auch völlig in Ordnung, wenn man sagt, okay, also diesen Bastip hier bei 35 Hertz, der ist uns auch letztes Mal wirklich egal, der Aufwand wäre gigantisch und dann setzt man sich vielleicht wirklich nochmal, wenn man Technoproduzent ist, einen Kopfhörer auf und das ist ein schöner Workaround, aber zumindest weiß ich dann darum, dass ich dann so ein Problem habe, das ist ja auch total wichtig. Ja und um das nochmal zu sagen, dieser Bastip bei 35 Hertz ist genau die Hälfte von diesen oder fast genau die Hälfte von dem, was wir da oben haben, das heißt, es ist wahrscheinlich die Oktave da drunter, die im Raum dann auch ein Problem hat, kann das sein? Nee, glaube ich nicht, ich glaube eher, wenn ich mir die 32 Hertz mal verdoppel, dann bin ich im Bereich 64 Hertz, da bin ich nicht so ganz perfekt von dem her, ich glaube, das ist eher noch, das ist ein Bereich, wo wir tatsächlich Akustikmaßnahmen bei dir haben, die auch schon sehr gut funktionieren und wenn wir die nicht hätten, dann hätten wir mit ziemlicher Sicherheit hier einen stärkeren Anstieg. Ich glaube, dass ich bei meinem Subwoofer tatsächlich einen Low-Cut gestaltet habe bei 40 oder 35 Hertz, der das dann auch da wieder gespiegelt hat. Aber du siehst ein ehrliches Halbwissen auf meiner Seite, ich fummel genauso im Nebel rum wie alle anderen auch, aber deswegen ist es umso besser, dass wir jetzt mal einen Einblick kriegen konnten, wie kann ich denn eigentlich zumindest diese zwei, drei Ansichten im Room EQ Wizard so gewinnbringend lesen, dass ich meinen Raum zumindest ein bisschen besser verstehe und danach den Hörer in die Hand nehme, um bei Markus anzurufen, wir müssen reden. Ich danke dir, Markus, auf jeden Fall. Ich danke dir für deine Zeit, ich danke dir für deine Expertise und für alle anderen. Ich danke, dass du bis hierhin zugeschaut hast, war ein bisschen spannend, ein bisschen nerdig, aber auf jeden Fall auch hilfreich. Es ist hilfreich, das zu wissen. Und lieber Markus, wie gesagt, danke für deine Zeit, für deine Expertise und falls du noch wissen, mit welchem Mikrofon du das einmessen kannst und wie du das einstellst und so weiter, dann empfehle ich dir als nächstes dieses Video hier auf der Seite. Da kannst du doch mal reinschauen als nächstes, um den nächsten Schritt zu machen. Wir sehen uns die Tage wieder. Bis dahin, mach's gut und jassu!